ich hab leider nur noch ein ganz bisschen gasmaske was nicht ganz volle platten angst vor dieser box gut es macht sogar sinn dass sie schwimmt ach du scheiße andere seite der sohn es geht noch also wir schaffen jetzt ich will es auch gar nicht mehr so schnell machen ist das gebäude jetzt noch vor uns ist das gebäude aus dem ich eben rausgesprungen wird und dann gestorben bin das war hier nicht weiter das gas kommt aber das in diesem gebäude leute sind also willst du jetzt gar keine gasmaske mehr ich muss auf dem offen dass wir hinter dem haus in sonn sind nach einem guten plan wenn nicht dann doch irgendwie ein schritt außen rum gehen aua nice ich eigentlich will ich so schnell wie möglich nach oben ja ja solltest du vielleicht auch dem dach ich muss platten nachladen zwei teamwipes habe ich einer ist da rechts unten rechts unten da einer war auch links noch irgendwo ich habe nicht mehr so viel gasmaske leider habe leider gar keine gasmaske da ist einer am rand ich versuchte nicht zu pushen da war einer der andere ist habe ich gestorben gerade das nur noch zwei leute sind noch okay beide da einer da und ich habe ich auch hatte auch noch selbst jetzt noch geschafft mit der grong lachmann warum habe ich jetzt den pack durch meine waffe das war wichtig aber ich sehe es auch das haben wir noch das habt ihr gemacht money banks it's all about the money nicht einmal am shop gewesen